Ja, dann los! Ja, du musst gleich noch hinfahren, Simon. Da stehen bleiben bringt nichts. Ist schon alles okay, habe ich gesagt. Hä? Der hat eine Waffe. Er hat eine Waffe? Wo ist das Gerät? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der steht hier noch. Der steht hier noch. Wo das Gerät ist. Steht bei der Ua Rambine. Seid ihr das hinter mir? Ja. Und wer ist da beim Gerät? Ich nicht. Das ist doch ein roter Aufrohr, oder? Das bin ich. Das bin ich. Ich glaube ich bist da lange bestimmt nicht. Da kommt ein Geländewagen. Ja, das bin ich. Er sagt es doch. Ja, mich doch. Ja. Wer hat jetzt geschaut, was jetzt auf dem Gerät der Typ da bewacht ist? Ja, der hat bewacht. Der hat eine MK20 mit RCO bis hier. Ja klar. Wieso hast du ihn dann nicht abgezogen? Ja, weil ich hinter Karlsdrasse mit Hand die Sicherheit. Ja, komm. Ich nehme den mit dem Auto. Ja, aber der Heli spottet uns. Ja und? Ich nehme ihm die Waffe ab. Pass auf, dass keiner von der Ua Rambine kommt. Ja. 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 Ja, ja, wir dürfen ihn. Ja. Wir dürfen ihm eh nur die Waffen nehmen. Ja, da sind wir. Ja. Ja. Oh, da hat er verlaufen und zugesperrt. Das war ich. Sorry. Ich schmeiß da einmal die Waffen hinein, weil ich hab nämlich äh, probleme, dass mein Rucksack gepackt ist. Ja, äh, Aktionshaus. Alter, viel Spaß. Ja, Spaß. Was kann man jetzt auch vergessen? Was ist so lustig? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hat er gesagt. Das ist gut, Achtung ist gewesen. Wir sind alle Achtung ist. Wir haben ja immer nur drei Minuten verloren. Ja, haben wir nochmal den Finger in die Wunde gelegt? Ich wollte das so ausdrücken. Sie haben uns drei Minuten verloren.